Glück auf Schalke und herzlich willkommen hier auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Auch heute wieder kurz und kompakt in einem Video zusammengefasst. Gestern Abend kamen die Meldungen raus, dass Marco Antwerpen möglicherweise voran auch noch für Schalke 04 steht als neuer Cheftrainer. Aber da ist wohl doch nichts dran. Die DPA hat ja schon mal relativ viel Details, das Gerücht gefüttert. Der Jahresvertrag soll er bekommen, ab Sommer bei Schalke unterschreiben, Liga unabhängig womöglich auch. Aber wie Sky berichtet, aber auch nochmal andere Medien, ist da nichts dran. Marco Antwerpen wird nicht neuer Schalke-Trainer. Und allein das Gerücht zeigt natürlich mal erneut, dass natürlich die Suche bei Schalke läuft nach einem neuen Trainer, dass natürlich auch irgendwann im besten Fall ein neuer verkündet wird. Womöglich aber auch erst, wenn man weiß, in welcher Liga man spielt. Aber erst recht auch klar geworden ist, dass man wirklich jedes Gerücht mit Vorsicht genießen muss. Auch wenn man natürlich auch jedes Gerücht einordnen kann. Denn natürlich hat das Gerücht nur Marco Antwerpen möglicherweise schon gezeigt, in welche Richtung Trainer es gehen wird. Dass zum Beispiel vielleicht jüngere Trainer wie ein Bartosz Gaul, der im Profibereich noch keine große Rolle spielt hat, vielleicht nicht wirklich in erster Linie sozusagen die Wunschlösungen sind, sondern dann doch schon welche, die sie zumindest im Profifußball schon mal gezeigt haben. Aber Marco Antwerpen gehört wohl nicht dazu. Wie eben verschiedene Medienberichte unter anderem von Sky lauten, ist er kein Kandidat auf Schalke. Auf Schalke gibt es nochmal einen Versuch im Aufstiegskampf das letzte Quäntchen rauszuholen. Denn es gibt eine ja schon kleine Sensation. Denn nach Bildinfos gibt es für die letzten sieben Spieltage noch einmal Verschallung für die Trainerbank, wie es ja auch schon geplant war. Peter Herrmann wird nämlich bis Mitte Mai Assistent von Interim-Chef Mike Büskens. Aktuell ist Herrmann Co-Trainer bei der deutschen U-12-Mannschaft und war ja auch jahrelang der Assistent von Jupp Heynckes. Und auch bei uns Schalkern ist er ja kein Unbekannter, denn er war ja unter Jens Keller auch schon Co-Trainer bei uns. Zudem war er 2015 beim HSV mal ganz gut Assistent des damaligen Interimstrainers Peter Knebel. Und der ist ja wiederum heute unser Sportvorstand. Am Morgen gegen Donnerstag, sprich einen Tag vor dem Spiel gegen Dresden, Sondern Herrmann zum ersten Mal auf dem Trainingsplatz für uns Schalker stehen. Und die Entscheidung ist auch durchaus logisch, wenn man sich die Fakten anguckt. Und natürlich bringt Peter Herrmann eine unglaubliche Erfahrung mit. Kennt Schalke auch schon und vor allen Dingen wollten wohl die Schalker Bosse einen Taktik-Fachmann ins Team holen, der ihm auch vor allem die Gegner detailliert analysieren kann. Büskens ist ja eher dafür bekannt, über Motivation und Ansprache zu kommen. Und somit wäre Peter Herrmann als Erfahrener dann so ein bisschen der Gegenpart dazu, um damit natürlich auch Schalke nichts unversucht lässt, den Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen. Und somit wäre das der gesuchte Co-Trainer. Es war ja schon früh klar, als Mike Büskens oder noch mal, dass man sich dann noch mal verstärken möchte. Tim Hoogland ist ja auch aktuell immer noch im Trainerteam mit dabei, war auch gestern im Profitraining mit dabei. Mal gucken, ob er dann wieder zurückgeht zur U17. Aber Peter Herrmann soll wohl vor der Unterschrift bei Schalke 04 stehen und unser neuer Co-Trainer werden. Bis zum Ende der Saison. Am Freitagabend geht es ja in Dresden um die nächsten wichtigen drei Punkte. Und die Hoffnung bauen Schalkern ist ja durchaus da, dass im Saison-Endspurt nahezu alle Spiel-Zurführungen stehen und wir damit nicht mehr wirklich viele verletzt haben. Denn das war ja durchaus ein Problem in der aktuellen Saison. Aber gegen Dresden könnte dann doch noch für viele das Spiel etwas zu früh kommen. Andreas Windheim trainiert aktuell noch individuell. Ja, da wird es wohl sehr, sehr eng mit dem Kader und ähnlich sieht es wohl auch bei Memo Aydin aus. Der aktuell auch verletzt ausgefallen ist, aufgrund der Oberschriftgeflätzung kommt er bislang im Jahr 2022 noch nicht zum Einsatz. Und wie Windheim trainierte Aydin am Dienstag erst einmal nur individuell, macht aber sogar etwas mehr mit als der Norweger. Ein dosiertes Pensum hat auch Innenverdeidiger Malik Chau absolviert. Aufgrund seiner Knieprobleme war er angeschlagen, trainierte ja während der Nennerspielpause generell nur dosiert und machte zumindest erstmal Passübungen mit. Auch sein Einlass am Freitag in Dresden dürfte noch fraglich sein. Kuhi Takura ist dafür wieder zurück. Er ist auf jeden Fall eine Option für die Startelf. Und da sieht es wohl auch gut aus für Thomas Ovian und Salif Sané. Denn laut der Watz trainierten beide ohne Einschränkungen mit der Mannschaft und sind somit Kandidaten für die Startformation. Auf Stürmer Marvin Piringer muss Schalke aber noch verzichten. Er hat sich ja im Täspiel gegen Utrecht einen Jochbeinbruch zugezogen und wird dahingehend auf jeden Fall ausfallen. Bei Chau, Ovian, Sané und Aydin ist hier offen laut Sky auf jeden Fall da, dass sie im Kader stehen. Ovian und Sané sogar Startelfkandidaten sind. Bei Windheim muss man wohl noch am ehesten abwarten, ob er überhaupt schon gegen Dresden ein Kandidat sein wird. Thomas Ovian ist ja sicherlich einer der besten linken Verteidiger der zweiten Fußball-Bundessieger. So langsam ist er auch wieder fit, dass er im Saison-Endspurt seine wichtige Rolle auch weiterhin einnehmen kann. Und unsere Vereinsikone, Juri Mölder, traut seinem Landsmann auch durchaus eine Karriere in der Nationalmannschaft der Niederlande zu. Auch unter Trainer-Ikone Louis Fajal. Thomas Ovian spielt eine super Saison, würde gut zu Fajals System passen. Aber ich denke, dass für die Wärme ein bisschen zu spät für ihn ist. Es wird auch ein bisschen schwieriger für ihn, weil er in der zweiten Bundesliga spielt. Von der Qualität her könnte er aber ohne Zweifel in der Nationalelf spielen, sagt Mölder im Interview mit der Watz. Auf Schalke ist ja Thomas Ovian seit Beginn angesetzt. Ein wichtiger Faktor für unsere erste Elf, die Königsblauen, sollen eine Kaufoption in Höhe von 2 Millionen Euro für den Flügelspieler besitzen, die im Aufstiegsfall auch verpflichtend greift. Allein die Gerüchte um Bayer Leverkusen wie auch Borussia Mönch Gladbach, die ja schon mangelt wurden, zeigen ja, dass Ovian noch durchaus das Potenzial für mehr besitzt und somit vielleicht ja auch für die Niederlande. Mölder sagt auch generell, dass Ovians gute Leistungen auf Schalke keine Überraschung sind. Man könnte sagen, dass die Mentalität im Ruhrgebiet ähnlich wie in den Niederlanden ist. Niederländer passen sich gut an. Bei Norwegen oder Dänen ist das ähnlich, erklärt der 53-Jährige. Trotz natürlich schwierig für Ovian als Zweitligaspieler noch ein Kandidat zu werden für die WM, aber sollten wir aufsteigen, er bei uns bleiben, Top-Hinde und spielen, vielleicht holt ja Louis van Gaal dann doch noch ihn ins Nationalteam. Für Danny Latza läuft ja sein Comeback bei Schalke 04 alles andere als rund. Er war ja als fester Teil der ersten Elf vorgesehen als Kapitän im Aufstiegskampf. Sollte er wichtig sein, hat sich direkt am ersten Spieler gegen den HSV verletzt. Gegen Dresden im Hinspiel kehrt er ja auch zurück in die Mannschaft, kam da noch nicht so richtig klar, war vielleicht etwas zu früh und auch danach lief es nicht wirklich rund. Es gab eine Muskelflätzung, die ihn dann im Dezember außer Gefecht setzte. Im Januar gab es dann nach seinem guten Spiel gegen Erzige Begeau, wo er doppelt getroffen hat, eine Blinddarm-Operation und danach fiel er noch aufgrund von Corona aus. Sprich, es ist bislang überhaupt noch nicht die Saison von unserem Kapitän. Erst zehnmal lief nämlich Latza für Schalke auf und kein einziges Mal über die gesamten 90 Minuten. Aber jetzt fürs Aufstiegsrennen, für den heißen Aufstiegskampf ist Danny Latza wieder zurück. Er meldet sich jetzt fit und will natürlich auch mithelfen, dass wir unser großes Ziel erreichen, sprich den Wiederaufstieg. Es ist alles drin, sagte er am Dienstag über Schalkes Aufstiegschancen. Ein paar Spieltage und so haben es ja nicht danach ausgesehen, aber wir haben uns wieder rangekämpft und alles selbst in der Hand. Denn klar ist auch, wir Schalker spielen doch gegen alle direkten Konkurrenten, St. Pauli, Bremen, Darmstadt und Nürnberg, können somit selber die Punkte holen, um aufzusteigen. Und es gibt etwas für uns, das ein großer Vorteil ist, so Latza. Denn Schalke trifft in der Felddienstarena und somit zu Hause auf Werder und St. Pauli zwei Heimspiele zur richtigen Zeit. Wenn das Stadion voll ist, die Fans laut sind, gibt uns das eine gewisse Energie, so Danny Latza. Und auch in Dresden wird es natürlich wahrscheinlich eine ordentliche Atmosphäre werden. Latza kennt die Sitzige-Atmosphäre und es werde laut, ist er sich sicher. Da müssen wir einfach dagegen halten und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Teil. Klar ist natürlich auch, es kehren womöglich einige Spieler zurück, es fehlen aber noch ein paar. Generell sei aber wichtig, dass es kaum mehr Verletze gebe, betont Latza. Wir brauchen jeden Mann. Und auch er selbst will jetzt erst recht vorangehen, will beim Team mit dabei sein, will helfen und auch auf dem Platz seiner ganzen Erfahrung mit Selbstvertrauen seinen Mitspielern helfen. Und er wolle vorangehen, laut sein und dem Mitspieler mit seiner Körpersprache helfen. Dabei waren es eben auch natürlich für ihn zuletzt keine einfachen Wochen. Denn mit den vielen Verletzungen habe er nicht gerechnet. Das musste ich so annehmen. Latza konnte ja bisher noch kein entscheidender Faktor sein und das, obwohl das ja eigentlich ganz anders geplant war. Aber ihm half während der Verletzungspause, dass seine Reha auf Schalke stattgefunden hat, wodurch er ihm auch immer und ganz nah bei der Mannschaft war. Das hat mir Kraft gegeben. So unser Käpt'n, der jetzt bereit ist, für Schalke voranzugehen im Aufstiegskampf, eine wichtige Rolle auch einzunehmen. Das Gerücht um Antwerpen, da ist damit nicht wirklich viel dran. Und zack, gibt es die nächsten Gerüchte um neue Trainerkandidaten auf Schalke. Und die Bild hat sich wohl auf drei Trainer festgelegt, die Huven Schröder wohl ernsthaft in Erwähnung gezogen hat, für die Zukunft auf Schalke. Zum einen wäre das Stefan Leitl, aktueller Trainer von Gräuter Fürth. Bei den Franken besitzt der Ex-Profi noch einen Vertrag bis 2023. Aber trotz des Rundenabstiegs, ja, ist er wohl durchaus bereit, Fürth zu verlassen. Und er wird im Klub aber ja auch nicht in Frage gestellt. Also in Zukunft bei Fürth ist durchaus drin, vom Klub her gesehen. Aber Leitl ist man bei einer Annäherung, vor allen Dingen auch von Schalke, nicht abgeneiht. Möglich eben, dass er im erforschenen Neuanfang, der Fürth dann Liga 2 nicht mitgestalten möchte. Erste Zweifel daran sollen auf jeden Fall bestehen. Sprich, da ist trotz Vertrages sicherlich was möglich. Zweiter Kandidat auf Ruven Schröders Liste ist der ehemalige Mainzer, Sandro Schwarz. Und beide kennen ihn auch sehr gut aus gemeinsamen Zeiten. Denn Schröder war es, der den Coach ein zum Cheftrainer beförderte, aber ihn auch entlassen hat. Trotzdem ist das Feld jetzt zwischen beiden noch extrem gut. Damals war ihm auch Mainz einfach in einer extremen Formkrise. Schröder ist die Entlassung wohl auch sehr schwer gefallen. Aber Schwarz ist in Russland aktuell noch Trainer und auch durchaus erfolgreich bei Dynamo Moskau. Aktuell sind sie dort Tabellen zweiter. Ein Vertrag bis 2024. Also da ist es nicht ganz so einfach, wirklich dran zu kommen an Sandro Schwarz. Und ein weiterer Trainer, der in Russland eigentlich auch trainiert hätte sollen. Aber nach dem Kriegsausbruch sein Amt niedergelegt hat, ist Daniel Farke. Der ehemalige BVB-Trainer soll nun ebenfalls bei Schalke gehandelt werden. Und er war jetzt selbst bei FK krass und eine Verantwortung hat aber da noch nicht mal ein Spiel trainieren oder leiten können. Bedingt durch den russischen Angriffskrieg. Der 45er habe wohl auch direkten Kontakt, ohne ihn zu rufen. Schröder schon mal bedingt halt durch das Leihgeschäft von Osankarburgs Neujic City. Farkes ehemaliger Klub. Ob da aber wirklich mehr dran ist, ist halt die große Frage. Denn Farke sieht sich ja, wie man hört, ganz klar auch in der Bundesliga. Und somit gibt es jetzt diese drei Kandidaten. Mit Leitl von Fürth, mit Schwarz von Moskau sowie Farke vom Freien Markt. Die jetzt mal etwas spezifischer gehandelt werden. Aber auch da gilt es über den Manwerbengerücht. Man sollte es sicherlich auch mit Vorsicht genießen. Über die Position des Teuters wird ja auf Schalke schon seit Jahren diskutiert. Und auch im Sommer soll es wohl eine Neuerung geben. Denn wie die Bild-Zeitung berichtet, plant Schalke 04 nach der Saison ohne die jetzige Nummer 1 Martin Freisel. Sein Vertrag läuft ja ohnehin aus. Sowohl für den Fall des Aufstieges als auch beim Scheitern des Aufstiegszieles soll ein neuer Teuter kommen. Sprich, unabhängig der Liga wird es wohl eine neue Nummer 1 geben. Klar ist dabei auch, ganz wichtig, es soll eine neue Nummer 1 geben. Also kein Ding, wie Konkurrent wird für Ralf Fährmann. Nein, Ralf Fährmann ist als klarer Ersatzmann eingeplant. Nicht mehr, nicht weniger. Und davor soll eben ein neuer Keeper kommen. Natürlich ist da jetzt die Frage, wer kann das sein? Wer passt da gut rein? Hängt sich aber davon ab, in welcher Liga man spielen, wie viel Geld man zur Verfügung haben wird. Und somit sieht es stark danach aus, dass der Freisel Abgang besiegelt ist. Vielleicht aber auch, kann es auch sein, dass Martin Freisel selber gehen möchte, weil er eben auch andere attraktive Angebote hat. Er hätte selber davon gesprochen, dass er so ab der Ländership-Pause sich durchaus noch Gedanken machen würde, wenn es da wirklich konkrete Anfragen gibt. Genau das wäre jetzt der Zeitpunkt. Aber vielleicht ist auch gar nichts Offizielles mit dabei bei dieser Meldung. Das kann natürlich auch sein, weil es ja wieder ein Gerücht ist, was man sicherlich nicht zwingend aktuell schon bestätigen kann. Klar ist aber auch, die Tendenz bei Martin Freisel gilt schon eher Richtung Abgang. Und das waren sie halt. Daily News rund um Schalke 04. Eure Meinung dazu? Mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Ciao. Und Glück auf. Anna Le Schalker. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.